Schieß mal die Bälle da rein. Kommt Jungs, gut. Kommt Jungs, bringt ein bisschen Spannung. Ja, Mario Schneider. Recht herzlich willkommen hier beim FC Kreil. Timo, Spitzname Manni Erdmann. Recht herzlich willkommen hier in Kreil. Felix Kleber, Innenverteidiger, zuletzt beim ETB Schwarz-Weiß-Essen. Recht herzlich willkommen Nico Blaschak. Adrian Schneider, ebenfalls Innenverteidiger, zuletzt bei TUS Enepetal. Philipp Pippo Meissner, unser Philipp Lahm auf der linken Außenverteidiger-Position. Wir begrüßen mit 23 Stefan Grummel, unser Zentrumspieler im Defensivbereich. Ebenfalls vom ETB unser nächster Außenverteidiger Felix Stamer. Und wir freuen uns, dass er hier in Kreil angekommen ist. Wir begrüßen Fatmir Ferrati, 23 Jahre jung, den blonden Engel aus Kreil, Cedric Fennemann. Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Ja, ja. Ja, 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 ja. Untertitelung des ZDF, 2020